Er ist ein besonderer Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie, der Leopard 2, ein Kampfpanzer, der auch in Städten und gegen Demonstranten eingesetzt werden kann, wie es hier eine Vorführung der Bundeswehr zeigt. Besonders die Golfstaaten interessieren sich für den Leopard. Und so sind im ersten Halbjahr 2013 die Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsexporte massiv gestiegen, allen voran nach Katar, Protest von der Opposition. In all diesen Staaten haben die Frauen minimalste Rechte, dann gibt es natürlich Diktatoren, die sind schlimmer als andere. In Saudi-Arabien natürlich ist das nochmal sehr viel schlimmer als in Katar. Aber ich würde in eine solche Region, die erklärtermaßen eine Krisenregion ist, wo der arabische Frühling blutig niedergeschlagen worden ist, keine Waffen liefern, das geht nicht. Der Wirtschaftsminister verteidigt den gestiegenen Umfang der Rüstungsexportgenehmigungen. Entschieden wird in einem Geheimgremium der Bundesregierung, das jeden Fall abwägt. Es gibt ja nicht nur die Golfstaaten, sondern es wird ja sehr klar differenziert. Gerade nehmen Sie mal als Beispiel in der arabischen Welt. Ägypten haben wir uns ganz bewusst zum Beispiel dazu entschieden, erst einmal alles auf Eis zu legen, aufgrund der unklaren auch innenpolitischen Situation. In viele Golfstaaten allerdings wird massiv geliefert. Sie sind offensichtlich als Partner wichtig, im Kampf gegen den Terror und als Gegengewicht zum Iran. Für die Regierung Merkel sind Rüstungsexporte auch ein Mittel der Außenpolitik. Sie will damit bestimmte regionale Mächte stärken, damit diese selbst für Stabilität in ihrer Region sorgen können. Allerdings ist dagegen abzuwägen, dass viele Empfängerländer wenig von Demokratie und Menschenrechten halten. Eine Gratwanderung für jede Regierung.